So, da wollen wir jetzt endlich mal anfangen mit dem Puls, sonst komme ich gar nicht mehr zu wenig. So, dann wollen wir mal hoffen. Also, sie ist bei 0. Also, die 0. Ja, die Waffe war bei 10. Oder sie war wieder andersrum. Das kann man so etwas eigentlich nicht merken. Ja, aber ja, das ist doch richtig. Also brauche ich hier maximal 70 Puls, weil ich meistens bei den 70ern, also zwischen 60 und 70 kommt meistens immer der 5ster bei mir. Zumindest weiß ich mal jetzt mal so. So, bei Waffe wird es glaube ich das gleiche sein. Aber da bin ich schon 10, also da brauche ich 60. Werde knapp. Ich schaue mal, wie das Ganze läuft. Starten wir mal. Ich hoffe mal, dass die ziemlich früh kommt. So, dann machen wir den ersten 10. Jetzt mal rein. Das starten wir mal. Das wäre natürlich gewesen. In der ersten Seite Gold. Toll, der kommt dann als erstes. So, dann machen wir jetzt den ersten 20. Na, was soll ich sagen. Hm, da haben wir sie. Kriege ich auch mal ein bisschen mehr als einen Forster? Oh. So, bei 1. Oh, Dankeschön für 2. Kriege ich jetzt beim 40. 4, 3? Nö. Oh, nur einer. 50. Ne, es ist wieder 2. Nö, mal gut. Komm, es mal bitte 10. Bitte, bitte, bei einem anderen Frühjahr. Nee. Aber es geht doch wieder auf 70 hoch, ey. Toll, wieder nur einen. Also jetzt eigentlich in der 70. Müsste jetzt der 70 kommen. Und es müsste es eigentlich Gold werden. Oh, das ist jetzt neu. Das ist noch neu, dass ich den kompletten Puls rufen muss, Alter. Ja, wir sind in den 80er rein. Scheiß Waffe. Das ist jetzt hart, dass ich jetzt zum ersten Mal über die 70 muss. Jetzt ist die Frage immer. Ich glaube, ich mache es die 1 in solchen. Da habe ich nicht die Chance, dass ich doppelt kriege. Hm, jetzt gehen wir das jetzt mit dem Trainer. Und hauen da jetzt die weg. Ne, ich mache das jetzt Einzelne, weil ich will nämlich nur sie erst mal haben. Und drüber bestellen stehen. So, eigentlich müsste es... Ja, okay, das wird jetzt zwickeln, wenn ich jetzt wirklich bei 70 jetzt bin. Müssen sie 72 sein. Ich hätte auch mal den machen können. 73 Koppelgrün. Die habe ich mir für zählt, eh? Ne, hier ist es. also jetzt 74 sie muss ja kommen ich habe die prozent als wäre gekommen wenn sie nicht gekommen wir 0 jetzt hier nicht beziehen drinnen mannach kommen wir gestimmt 5 10 also werden das jetzt 20 ich bin bei 40 also bei der hälfte als ich gold werden können immer in einer richtung jetzt bin ich mal gespannt wie für dich denn jetzt bin ich wirklich gespannt wenn ich erzählt habe bin ich 40 jetzt drin 60 ja war klar dass ich auch hier so hoch muss also sitzen also ich bei 60 das sind drei pfos wo ich noch hinkriege drei pfos wo ich noch hinkriege aber das sind ein zähner jetzt ist jetzt doof hat die wasser habe ich ja schon kann man nicht sehen dass die man schon besitzt hat an den europäischen nicht jetzt wird es ja angezeigt müsste ich jetzt rein theoretisch in ein paar puls herkriegen bleibt muss ich bei 70 einig und sie müssten die nächsten puls eignen also wegen wo ich bin hier also heute war noch nicht hier drinnen oder bin ich bei 70 drinnen klar dass er jetzt kommt 70 schon drinnen danke dass wir eine reinigung von kriege hier beim fünften fünfundsiebzigsten so was kann das nämlich ändern 8 geil wäre es gewesen 27 wenn sie mir was da in 66 und das ist nur interessant Oh, hätte ich wenigstens scrollen können. 66 auch nicht. Boah, sag ich jetzt bloß nicht, dass ich jetzt bei allen über 70 muss. Boah, das ist richtig heftig. Aber ist bei 67 die Blinden, ne? Also bei 66. Ja. Ja, also geht es wirklich an die, auch über 70 an, ich glaube nicht, dass es in den nächsten. Das wird, das ist jetzt nicht so, was ich wollte, eigentlich. Da kriege ich 100. Ach so, das ist die Quest. Das ist jetzt nicht so berauschend. Ich muss jetzt mal kurz kurz gucken gehen. Ich weiß jetzt ein bisschen, was es genau ist. Ich weiß jetzt nicht, dass wir uns nicht mehr Taylor обнаруж sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020